Grüße von meiner Lieblings-Aka. Heute bin ich allein auf der Suchentour. Oh, ein schönes Signal. Sogar erste heute und schön eine Münze. So kleine München. Das ist eine Fünfer. Ein schönes 80er Signal. Oh, gerade Linie. Nicht gerade, krumme Linie, aber wir wissen, was ich meine. Graben, Graben, bestimmt ein Schatz. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ich sehe Blumen. Was ist das? Wow. Kräme. Ein kleiner Typchen. Schade. So geiles Signal. Riecht nach Dior. Guck mal, guck mal. Wahnsinn. Ein Knopf. Aber wie schön. Ich zeige euch. Wow. Da ist ein Pferd oder sowas. Oh, alt. Bombe. Guck mal. Und dann wir. Guck mal. Was ist das? Ein Schneller. Oder ein Griff von Kredenz, von Schublade, geil. 200-300 Euro von Simplex oder etwas von Meinler. Das ist Deus, der erste, Deus 1. Jetzt haben wir schon auf dem Markt Deus 2. Hast du schon so Granaten gefunden oder so? Ammunition? Ammunition, ja. Auch ein bisschen scharf. Machst du das für YouTube oder so? Auch, ja. Echt? Wie heißt du YouTube? Arturs Schmiede. Oh, siehst du? Da war ich mit dem Kollegen. Wie heißen Sie da auch da? Okay, cool. Ich abonniere dich. Wie geil. Der nächste kommt, der nächste Sonntag. Da gibt es etwas, was... ... ... ... ... ... ... ... was haben wir hier ist auch eigentlich schöner Fünd Mr. Jäger war hier Rest von einer Patrone Jäger Patrone was lag du ist aber hier ist nicht das muss hier sein jeder Schrott ja ich mach sauber zu Hause und dann sehen wir zusammen und in diesem Loch etwas rundes etwas rundes Unterriegscheibe oder Knopf größe Knopf vielleicht mach ich kurz sauber ich wollte sagen das war ein Knopf aber sicher bin ich nicht von einer Seite glatt natürlich rund aber glatt und dort war etwas was aber sieht schon aus okay ich nehme mit so 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 eine münze Oh, sieht man was, so ein Adler 10 Pfennig hier auch und in diesem Loch, in diesem Loch ist was da ist drin, weiß niemand ich auch nicht da war was ist das? Stückchen Schokolade Verpackung natürlich, guck dir, goldene Münze und wenn wir finden, so eine goldene Münze, was macht ihr dann? Museum abgeben oder selber behalten und niemanden zeigen? schreibt in die Kommentare, was machst du mit so einer goldene Münze, so groß, so dick was ich hab dort gefunden ein Abschleppwagen Wahnsinn guck dir das 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 war hier hab ich schon ausgegraben Aber klingt auch sehr schön. Eine Plombe. Es ist etwas geschrieben, aber weiß ich nicht was. Ohne Brille sehe ich das nicht. Es ist Fleisch. Das war es für heute. Sehen wir es. Bis nächstes Mal. Wieder ein Signal. Laba leider ohne Erfolg. Das war es für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.